Musik 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 Herzlich willkommen heute Kassel und Kassel Wilhelmshöhe Viel Spaß bei diesem Vlog Und bis später, wir hören uns Ja, hier laufen wir gerade im Kurpark Mal gucken, was wir alles so sehen Wollen hoch zum Schloss Ja, und na klar, zum Herkules Das Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber Ich lasse mich ja nicht entmutigen Weiter geht's Für mich und für euch Ja, wir befinden uns immer noch im Park Hier ist ja auch ein Kurort Ja, und wenn ihr von Kassel direkt hier nach Wilhelmshöhe hin wollt Hier gibt's auch einen kleinen Bahnhof für die Straßenbahn Der sieht auch recht schön aus Aber wir gehen jetzt langsam weiter bergauf Und hier ist eine wunderschöne Parkanlage Also hier kann man richtig gut abschillen Viel Lust ist auch nicht Wir hören uns gleich wieder Wer weiß die Bedeutung dieser Pyramide? In Wilhelmshöhe In Wilhelmshöhe, Kassel Der soll's reinschreiben in den Kommentaren Ich geh mal rum Vielleicht steht hier ja auch irgendwo ein Schild Sieht aus wie ein Kerker Dort ist eine Bank Ja, bitte reinschreiben in den Kommentaren So, das Schloss haben wir erreicht Schloss Wilhelmshöhe In Kassel In Kassel sieht das nicht toll aus hier also sehr beeindruckend also die kassel tour hat sich auch wieder mal gelohnt nach bremen der zweite highlight richtig schön hier entspannung pur da 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 Musik Ja, wem Märchenwald hier. Man fühlt sich voll der Zeit versetzt. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Also ich bin sehr beeindruckt. Mega Aussicht hier. Ja, da wo ihr die Mauer seht, da gehen wir gleich rum und dann die Treppen hoch zum Herkules-Denkmal. Ja, und was ihr hier jetzt gleich sehen werdet, das ist einfach nur gigantisch. Eine wunderschöne Brücke. Also ich fühle mich hier ein bisschen in einen tschechischen Märchenfilm versetzt. Raumhaft. Ja, das Wandern ist des Möllers Lust. So sieht's aus. Aber wenn ihr erst mal hier seid und die ersten Kilometer gelaufen seid, ihr merkt das gar nicht mehr. Das ist so faszinierend. Ja, und gleich sind wir bei der Brücke. Ja. 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 Musik 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 So, wir haben jetzt viel gesehen. Und jetzt geht es Richtung Herkules, dem Denkmal. Und da müssen wir jetzt ziemlich viele Stufen bewältigen. Aber auch das werden wir schaffen. Ich melde mich dann gleich nochmal. Musik 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 Ja, und jetzt geht es entlang den Treppen gleich. Also, wie gesagt, wie Märchenfilm hier. Ja, der Treppenmarathon hat begonnen. Und da oben ist der Herkules. Musik Auf geht es. Nur noch 300 Stufen. Auch ein gutes Konditionstraining für die neue Fahrradsaison. Ja, und weiter geht es. Nur noch 300 Stufen. Ja, der Wasserfall ist hier aus. Hier an der Burg, oder wie man das nennt. Oder Herkulesdenkmal. Da wird gerade renoviert. Aber das soll uns ja nicht stören. Wir haben es ja gleich geschafft. Musik 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 ja ein blick hier vom herkules denkmal über kassel und wilhelmshöhe also kann nur empfehlen anschauen 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 wieder ein bisschen märchenfilm kulisse ja mal ein kleiner rundgang hier doch ich bin ganz schön außer Puste so dann sind wir jetzt hier beim herkules denkmal hinter mir der teufel so wir sind angekommen beim herkules denkmal und hier gibt es auch einen kaffee da gönne ich mir erst mal eine kalte cola kaffee und ein stück kuchen bis später so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir sind jetzt weg vom Herkulesdenkmal und gehen hier noch ein bisschen durch Wilhelmshöhe in Richtung Bahnhof. Ja, und hier ist der Bahnhof. Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. So, und jetzt sind wir in Kassel Zentrum angekommen und ich will euch noch ein paar Hallo-Leitaufnahmen zeigen. Musik 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 So, dann habt ihr heute viele Nachtaufnahmen von Kassel gesehen. Dann am zweiten Tag, der zweite Teil, unterwegs mit dem Deutschland-Ticket. So viele Städte in zehn Tagen erreichen und beschauen, wie es geht. Ein bisschen Pause, das tut richtig gut. Jetzt zeige ich euch hier mein Hotelzimmer. Ich hoffe, es gefällt ein bisschen. Diesmal ist es ein bisschen größer. Ja, und morgen geht es wieder weiter. Die nächste Stadt wartet. Wo genau, weiß ich wieder nicht. Das plane ich erst später. So, jetzt zeige ich ein bisschen das Hotelzimmer und das war Teil zwei von Kassel. Also, wenn man reinkommt hier, eine Garderobe, auch ein paar Fächer, also sehr gut gemacht. Und gegenüber, ich drehe mal ganz langsam, habe ich auch eine kleine Küche. Wir gehen jetzt in den Wohnbereich. Einen riesengroßen Schreibtisch. Auch eine Sitzecke, ein Stuhl. Und hier nochmal, recht gemütlich gemacht. Ja, und hier jetzt gleich mein Schlafzimmer. Groß und geräumig. Der Fernseher ist hier oben. Also, richtig schön geworden hier, dieses Zimmer. So, vom Schlafzimmer geht es dann zum Badezimmer. Auch ziemlich groß. Ja, und das soll es gewesen sein. Schaltet wieder ein zu Teil drei. Danke.